so und da bin ich auch schon wieder zurück zu einer neuen aufnahmesession von minecraft ja wir haben es wieder 0 0 0 ich muss die folgen wieder machen wir fehlen sie ja und ja das letzte mal haben wir ja wie gesagt ja im haus gearbeitet haben schon fenster reingemacht und alles und ich frage mich wieder wochen die frame welt wieder runter geht nach mensch das ist aber auch so ein spiel dings ist alles an ich habe hier so ein bild herum experimentiert aber ich mache mal wieder smooth so jetzt läuft sie doch flüssig aber mal sehen ja das letzte mal sind wir ja bloß bis zum fenster gekommen da haben wir ein paar fenster den kürbis haben wir da auch hingemacht warum auch immer ja ich wollte ja eigentlich mal eine höhlenturm alter warum leckt denn das bitte das ist ja unschön was könnte man noch alles machen am anfang hat so geklappt wo schon mal gucken das ist alles eigentlich müsste man bei performance gucken ist der eigentlich alles okay ich versuche einfach mal was zu machen ich werde nicht dass es aber es muss ja gehen kasten von uns das ist alles okay jetzt haben wir wieder gerade 30 frames jetzt läuft sie doch einigermaßen flüssig ja wie gesagt ich habe ja gesagt wir wollen die höhlen tun machen das habe ich an der letzten folge erwähnt jama klas klin tun wir gleich mal an die kiste das brauchen wir jetzt erstmal nicht für eine höhlenturm braucht man natürlich ordentliche sachen eisen haben ja daraus können wir uns eine eisenrüstung ich weiß nicht müsste man noch mal gucken 25 das reicht jetzt nicht so für so eine top eisenrüstung aber mal sehen ich mache zumindest schon mal den anfang paar schuhe oder haben wir nicht schon haben wir nicht die schuhe haben wir schon so gegen eine hose ne da haben wir unsere erste alu holie was glaubst du noch das hemd bekommen wir das auch hin und nicht so das hemd ach so war das hemd genau was fällt jetzt noch der helm ne war genau ein eisen das darf doch wohl nicht wahr sein will die mich verarschen wo bekommen jetzt auf die schnelle noch ein stückchen eisen also das ist ja wahnsinn vielleicht in unserer mine müsste ich gucken weiß ich jetzt nicht bei jemanden mal kurz zur mine auch ich glaube da haben wir eh noch eisen übersehen da müsste eigentlich noch welches da sein ähm hab ich überhaupt monster an nee natürlich nicht weil ich hier an meiner let's show welt gearbeitet habe ähm hier unten ist es ganz schön fünster waren wir da wohl noch nicht hier unten ging es ja noch weiter ne ach guck an hier haben wir eisen so da bekommt gleich ein bisschen mehr eisen schade der nix da können wir auch noch ordentliches werkzeug machen wenn wir noch ein bisschen was finden aber ich kann ja hier noch mal kurz rum gehen vielleicht ein bisschen noch kohle holen oder so schaffe ich den sprung ja also ich frag mich ne 11 fps alter schwede was ist denn da los wartet mal ich weiß nicht dass es jetzt geht ich müsste ein bisschen was an meinen einstellungen ändern aber naja minecraft ist eh zurzeit nicht so mein game ich bin eher zurzeit mehr für black macer was aber bestimmt auch nicht mehr mein lieblings game werden wird weil es ja noch der anfang da wird noch mehr passieren also das war noch nicht alles freunde wie jetzt sind wir hier runter da haben wir alles abgeerntet ja und immer noch 15 fps das darf doch nicht wahr sein was ist denn das tja haben wir alles das ist doch eigentlich alles ist das ist ja wahnsinn das ist gar nicht so leicht das wollen wir auf jeden fall haben vielleicht noch das ein bisschen aber feier angehen na gut das muss man ein bisschen schon haben brain splash ja ich mach das einfach mal ja ist ja egal wenn der sich bewegt oder ähm explosion animated water particles das brauchen wir alles nicht so lebensnotwichtig ist das auch nur wieder nicht ähm das haben wir alles an tut mir leid wenn es jetzt so ein bisschen dauert aber ja muss halt auch mal sein custom sky das hat man alles aber auf vollbild nein ich bin ja nicht auf vollbild deswegen weil manche fragen einem kannst du den rand nicht mal weg machen an den schwarzen aber nein es geht nicht ähm ja das so ein bisschen probleme dafür ist mein pc nicht ausgestattet was schade ist aber naja man kann ja nicht alles bekommen man kann ja nicht alles hinbekommen da muss man sich schon zufrieden geben was man hat hauptsache wir haben was also manche haben gar nichts muss man ja auch mal sagen so hier unten ist kohle aber machen wir doch nicht haben wir fackeln eine fackel wahnsinn eine fackel na gut das wird da hinten erstmal reichen hui fackel alter ich ich muss irgendwas mit minecraft mal irgendwie keine ahnung aber nee das geht nicht das ist unspielbar zurzeit das ist ja wahnsinn ich wisse was da minecraft dagegen hat ist schon ein bisschen frustrierend aber hm was willst du machen so ich muss gleich niesen was denn hier los schön skelett ja man muss einfach ein und aus haben ja schon muss man nicht mehr niesen oh oh wie ko oh wie bekommen wir jetzt unser haus wieder weil da viele zombies und pipa pose sind ach du scheiße ich habe ja nur ein steinschwert oh oh gott den müssen wir austricksen nein creeper oh mein gott oh mein fucking gott alter nein na gut hauptsache erst mal in sicherheit ne chef und peter ja ihr seid ja boah die beiden ne das bogen das sieht aus wie ein herz ne hat sich grad wie so ein herz ergeben Cool. Naja. Ähm, ja, das Eisen, das können wir ja zur Zeit erstmal schwelzen. Ja, aber immer noch weiteres Glas. Ich weiß nicht mal, für was man das Glas brauchte. Klaube für unseren Wolkenpalazzo. Äh, Kohle? Hab ich Kohle? Fünf Kohle, naja. Neun Eisenerz haben wir jetzt wieder bekommen. Da können wir uns dann auch ein bisschen... Oh. Verschwinde! Ich habe nix. Da können wir uns noch ordentliches Werkzeug machen. Und die Spinne da oben auf dem Dach, dann die nervt langsam. Die Situation hatten wir doch schon mal. Wisst ihr das noch? Hm. Naja. So, wir können jetzt zuschauen, wie das Eisen schmilzt. Wir können eh nicht pennen. Du kannst jetzt nicht schlafen. Wir sind Monster in der Nähe. Oder auch Versicherungsvertreter, wie in diesem Sinne hier. Versicherungen. Mist. Ja, das ist jetzt so ein bisschen scheiße, wenn die Versicherungsvertreter vorn der Türe steht und wieder Versicherungswände haben will. Ist so ein bisschen... Naja. Aber was wir schon mal machen können, ist die Eisenrüstung anziehen. So. 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 So, jetzt können wir uns einen schicken Hut machen. La, 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 la. Oh. Ich glaube mal, wir hätten doch vorher schon einen Hut bekommen. Ne. Hört ihr das? Jetzt brechen die Wichser nur bei uns an, oder was? Ja. Ja, hallo. Lasst es mal bitte. Ähm. Die Tür war teuer. Ikea und so. Guckt euch mal den an, wenn der jetzt hier durchbricht. Alter, ich fuck den die Birne weg. Aber das schaffen die gar nicht. Das ist irgendwie komisch, aber naja. Mann, 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 Mann. Die Ikea-Türen sind einfach nicht mehr sicher. Muss ich mal ein paar neue bestellen. Und die Frame-Rate. Hilfe. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Was hilft denn hier gegen Frame-Rate-Einbrüche? Das ist ja... Boah. Hilfe. Ich will nicht mehr. Das ist so scheiße. Puh, ja. Haben wir Stiggis? Jawoll. Da können wir uns jetzt erstmal ein schönes Schwert machen. Ja, wunderprächtig. Da haben wir wenigstens mal ein ordentliches Schwert. Nicht mehr dieses Steinschwert. Kleine Eisenspitzhocke. Können wir gleich zwei machen, aber müssen wir noch ein bisschen warten. Eisen, Popeisen. Machen wir gleich noch eine. Stein müsste man auch mitnehmen. Ich mache natürlich erst hier die anderen Spitzhacken kaputt, die aus Stein und so. Aber danach... So eine Schaufel wäre auch nicht schlecht. Eine Eisenschaufel. Wow, jetzt haben wir noch ein Stück Eisen übrig. Da kann ich mir ja sonst sowas bauen, aber jetzt nicht. Den Stein lasse ich hier. Das Holz lasse ich hier. Die Kürbisse lasse ich natürlich hier. Das Schild lasse ich auch hier. Was will ich mit dem Schild? Die Wolle natürlich auch. Und diesen Hut, den ziehe ich erstmal jetzt an. Zack. Schon sind wir ein bisschen gesichert. Ähm, ich bräuchte ein bisschen mehr Koppel, aber er könnte mir alles... Einer will sie mich jetzt verarschen. Die greifen schon wieder mich an. Die wollen schon wieder durch die Tür einbrechen, die Hunde. Irgendwie haben die keine Hobbys, ja. Schlimm ist das, ne? Und der Versicherungsvertreter, der sitzt hier einfach so draußen. Ja, jetzt guck der aus durch den Fenster. Ja, hallo. Hallo, Versicherungsmann. Du mit deiner ekelhaften Visage. Und deiner schmutzigen Brille. Ja. Da guck der. Vielleicht kommt er in die Ecke, ihr Scheißert. Ja, was sind sonst, ja. Ach, Scheiße. Was machst du in so einer Situation? Aber Gott sei Dank haben wir hier kein Fenster in unserer kleinen Einbauküche. Können die uns hier nicht reingaffen, die Viecher? Schlimm. Genauso schlimm wie die Spinne hier auf dem Dach. Da darf ja wohl nicht wahr sein. Wie steht denn der Mond? Der Mond, der Mond, der Mond, der steht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich seh's zumindest nicht. Eine Schere. Wozu brauch ich eine Schere? Äh. Oh. Ähm, wir brauchen auch unbedingt Kohle. Ach du Scheiße. Stickies brauchen wir auch. Ach du Scheiße, Alter. Wir brauchen noch Holz. Wir können noch lange nicht losgehen, Freunde. Was ist denn hier los? Ich habe ja ja nichts in der Küste. Alles von einzeln, Alter. Ein Stück Holz. Ein Stück Koppel. Was? Alter, was? Nee, das geht nicht, Freunde. Das geht nicht. Das ist sehr suspekt. Das ist... Ach, Gott sei Dank. Der Mond geht unter. Juhu. Jawoll. Die Sonne ging auf. Ein weiteres Mal. Waren wir sicher für die Nacht geblieben. Immer noch hörten wir die Kreaturen von draußen. Aber langsam gab es uns eine Sicherheit. Durch die Sonnenstrahlen der Sonne. Die Sonne. Wake料. Das ist so. Get the." Kemal wir müssen die trespass. ARD Text im Auftrag von Funk